Willkommen zu einem neuen Part von Age of Mythology. Das alte Einauge weiß wohl nie, wann es für ihn endlich genug ist. Also, wir müssen also ins nächste Zeitalter vorschreiten und ein Weltwunder errichten. Alle haben mir freundliche Sachen gegeben. Okay, dann wollen wir mal. Ja, das heißt, ich will dich aber behalten. Ich habe aber kein Gold, sehe ich gerade. Ah, doch habe ich. Lege Vullome. Wir brauchen hier aber noch... Wir brauchen ein... ein Lagerhaus. Das. Kling klong klong. Hau dir mal drauf. Was haben wir denn bis jetzt? Nichts wirklich, was toll ist. Etilin. Ne. Vullome. Isto. Ne. Irgendeiner muss sich ja... muss dafür hinhalten. Ne. Lass Felder bewirtschaften. Klong klong. So. Branche hier. Du kannst hier oben noch helfen. Metalles. Oh. Schatzkammer. Wir müssen einfach... ne ne. Erstmal so und... was wir auch brauchen, sind hier mal ein paar von denen. Prostagmen. Wir besten gleich ne ne doppelte Verteidigung, dass wir da möglichst gewinnbringend vorgehen können. Ne. Prostagmen. Prostagmen. Du kannst... Welche ist denn? Geh mal weg. Du stehst... Du stehst auf Arbeitsfläche. Prostagmen. So kann ich nicht arbeiten. Ne. Malzda. Wullome. Schön hier die... die Typen noch mal. Prostagmen. Wullome. Kling kling kling. Weil wir brauchen ja sowieso... Haben wir überhaupt einen Marktplatz? Ne oder? Okay. Wie viel sieht's aus? Wir haben drei... Ich würde sagen... Machen wir noch ein paar. Gold schneller und können mehr tragen. Ja, brauchen wir jetzt mal ein bisschen. Ja, es ist am Anfang natürlich wie jedes Mal. Einfach simpel gehacken. Die sind natürlich auch ein bisschen ausgerüstet. Aber ich finde das toll, dass du mal eine Mission hast, wo du nicht alleine kämpfst. 300. Metalex. Gib mal hier noch ein bisschen was. Wie sieht's bei euch aus? Ich hab da einen Brunnen. Heilende Quelle. Mutter Natur. Wo bin ich denn? Was mach ich denn eigentlich? Nichts Intelligentes hier. Jeweiß danke für die Anubis Krieger. Brauchst nochmal. So, dann haben wir hier vier, würde ich sogar sagen. Hier noch ein paar. Wenn du meine armen kleinen Leute holst, keinen stark Kehl. Also, wir werden uns erstmal mal einschauen. Ah! Will du meine armen kleinen Leute hauen? Das wäre ein riesiger Kehl. Malista? Nein. Malista? Metalles? Lege? Nein. Hettimos. Okay. Diese Riesen werden auf eurer Seite kämpfen. Das äh... Wird mir eine Leere sein? Welche Riesen denn? Oh! Danke für die Riesen! Der benutzt sein Gold ja gar nicht. Okay, es ist wohl auch nicht dem seine Aufgabe. Ah, ihr seid beide fertig? Hmm... Kling, kling! Kling, kling! Rüpp! Ich frage mich, was da am meisten Sinn macht. Ich würde sogar sagen, wir sind jetzt einfach mal so stinkfrech. Klauen dem das Gold. Auf die Gefahr hin, dass wir dem das Gold klauen. Wir haben noch die Schildmaid. Oh, blau! Ich beichere nochmal schnell zwischen. Einfach aus Gewohnheit. So... Die Dinger darf er eigentlich behalten. Ich glaube, es wird wohl auf die Dauer das Beste sein. Ah, haha. Ich glaube, das ist sogar vom Spiel gewollt, dass wir... dass wir... als rasch als möglich die... Dinger da uns holen. Und aus diesem Grund haben wir wahrscheinlich... Weil sonst können wir wahrscheinlich gar nicht so viele Ressourcen sammeln. Okay. Haben wir... Haben wir... Haben wir. Kostet viel zu viel Essen. Meine Fresse. Diese Krieger des Osiris werden in eurer großen Schlacht für euch kämpfen. Naja, das ist ja mal geil. Wir kriegen sogar den Sohn von Osiris. Was machst du denn da eigentlich? Nichts... Nichts Produktives jedenfalls. Obwohl... Du könntest aber... Definitiv noch... Einen... Errichten. Ah, du hast das schon gemacht. Ja... Ich... Ich klaue dem einfach das Zeug. Okay, wir haben Riesen. Wir haben ein paar von denen. Wir haben aber nicht... Hier nochmal ein... Ein... Ach... Kannste knicken. Ach, kaum... Ich brauche dringend... Noch... Ähm... Ein... Militärgebäude. Du dumm. Proste hier. Malikstar. Komm mal hier mit. Okay. Ich würde mal sagen... Ihr kommt mit, du kommst mit. And you... Arc. Arc. Ich würde sogar sagen... Ist eine ziemlich schlagkräftige Truppe. Und zwar fast ausschließlich... Kennt man auch ein paar von euch mit. Und dann... Ist das eigentlich ziemlich... Ne, doch nicht. Ihr kommt wieder zurück. Wir machen das anders. Wir knallen zuerst von Weitem das weg. Und gehen dann... Immer... Gehen dann so weiter nach oben. Hallo... Hallo... Dachte ich es mir. Ich dachte es mir. Ne. Stört sich ja keiner an meinen... Meiner Wohnungsplanung. Gehen dann an der Infanterie stark ist. Ja ja, ist kein Problem. Es geht ja nur darum, dass wir es können. So... Jetzt können wir auch sagen... Okay, wir nehmen die dann noch mit als Eskorb. Die... Gehen dann an den returneden zurück. Entschuldigung. Das ist ja nicht wirklich... Die... 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 der werft meine leute einfach um was für ein fieses Tier nein 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 Nein, 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 lass das einfach, lass die Katapulte das machen. Energie, MGO. MGO. BLEAH! In what? In what? MGO. 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 UNHILDE! In what? Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Ich brauche nur. Der Rest ist verkraftbar. Erstmal die Helden kaputt machen. Geh den mal hauen. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Da kaputt haben. Ey, da sind so viele sicher wieder. Was machst du denn? Nein, 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 nein. Was ist da ruhig? Warum? Was machst du denn? Lege, Poro. Prostagma ist machin. Uh, der ist stark gegen. Kaga rennen. Das ist auch ein Popo. So, hier schön kaputt machen. Geht ihn auf. Prostagma. Da hingehen. Nein, nein, nein. Woh-oh-oh-oh. Woh-oh-oh-oh-oh. Aaaaah! Houston, we got a problem. Wo ist die Schildmite eigentlich? Wo ist dem Schildmite eigentlich? Was macht ihr denn, Idioten? Mist, die Kü... Weil er macht ja mehr Schaden gegen diese blöden Tore. Boom, mach ihn kaputt! Nochmal! Everything will be alright. Ah, gut, ich kann ihn heilen. Oh man. Das ist aber nepp von euch. Ich hoffe ich kann ihn da heilen, weil ich hätte den gerne behalten, den Helden von Osiris. Natürlich darf ich ihn nicht heilen. Junge, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wo nimmt denn der die ganze Armee her? Dann weiß ich es. Kann es halt. Für ihn ist das kein Problem. Hat es eigentlich geklingelt? Ne, noch nicht. So. Unbedingt den Koloss von Rhodos. Jetzt hat es geklingelt. Blööööööööö. Blöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö selber schade es hat geklingelt ich bedanke mich fürs zuschauen wir sind uns im nächsten part wenn wir weiterhin versuchen alles wegzuhauen bis dahin sage ich bin draußen auf wiedersehen